coordinating for lava backen laba backen deswegen wichtig klaim brauchte also die ganzen blöcke aus keller also die ganzen bahn aus den truen aber also ganz unten wo die kisten waren da waren blöcke drin die ich alles aussortiert ach so ich glaube ich habe die einzelnen reingesteckt glaube ich weiß ich nicht keine ahnung wird man ja sehen wo das gelandet ist ich frage mich ob wir nickel haben nickel 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 müssten haben ja nickel haben aber ich weiß nicht ob wir es als ein zept haben gold kopfer silber ja lead nein haben wir noch nicht aber das ist auch kein platz mehr oder doch klar brennt halt nun nicht noch brennt nun und ganz ist ja nix vorhanden dafür da meinst du hat mich nickel landet auch ganz hinten deswegen nicht meinte halt unten deswegen ich glaube und man nicht schon einsortiert bis mal so nett und kannst mal kurz die crafting table gucken was wo oder was da ist alles so von unten die zweite etage hier hinten in der wand dann doch die table da braucht ja oben nur die growers gucken was da ist drin ist schon ich gehe jetzt nicht meistens und ins lager rein ja da wollte jetzt eigentlich nicht hingehen das ist eigentlich jetzt nicht meine aufgabe denn zu gehen ich habe ja nur befragt pumuckele ah bauoxid kann der nicht umwandeln zu aluminium alles klar ok ja nickel hatten wir nur er hatte probleme das bauoxid umzuwandeln aha was auch immer kann da glaube ich nicht mehr kann da glaube ich nicht mehr ne hm das heißt das bauoxid müsste eigentlich eine extra küste rein 28 ich brauche mal kurz den bauern und guck mal ich glaube ich kriege mal ein komisch 11 und da kriege ich schon mehr äh eins das ist schön um wahr zu sein ey oder wäre zu schön um wahr zu sein dass das schneller gehen würde was hast du denn vorgab meinst du einen ast immer zu machen wie jeden holzstamm aber dann wäre die so schnell gelevelt naja klar ich glaube das kannst du auch einstellen ja funktioniert alles aber wir haben auch so lassen hm ich glaube die geht halt auch gar nicht kaputt das weiß ich nicht ich glaube dass das das level was von da geht unten wenn das komplett weg ist dass die dann gelevelt ist kann sein ich weiß das nicht mehr ich habe so lange damit nicht mehr gemacht ne ich glaube das letzte mal war bei MW4 der Green Sky ist kurz oh das habe ich ja nicht gespielt das ist die Erde 1,2,3 ah ne das war entweder bei Monzo oder The Next Generation nein 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 es war bei dem da wo die Quests waren da MW4 ja halt der ist auch drauf ja ja ich meine MW4 MW4 oder MW3 da war das MW3 ja fühlen wir was da auch deswegen hm keine Ahnung hm 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 ja ja so ist das Farmen, Farmen, Langeweile, Farmen, Farmen, Langeweile hm ich muss jetzt auch ein bisschen hier bauen bauen, 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 bauen müssen ja ein paar Gebäude wieder entstehen ich sag's ja auch nur nur so paar Gebäude ne und paar ja und paar, paar, paar Gebäude Hä die wäre nochmal eben nicht so ganz klein warte ich mal ne da nix neues bei dir zu übertreiben tue ich es jetzt nicht nein ne oder nicht ne dafür würde ich sie sich übertreiben für dahinten weil das nicht mit das auch fertig dann kann der der Asphaltweg auch fertig gemacht werden ok ja 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 eine Reihe machen da kommt ja schon Glowstone rein dann habe ich eben grad wieder gefragt warum ich eigentlich Holz fahre ach ja für die Burg gehoben hm hm sei auch fürs Lager nö ja für die Dinger kann ich ja verschiedenes Holz nehmen um daraus Kisten zu bauen ok eigentlich bin ich grad so ein bisschen müde ach quatsch wie kommst du da drauf dass du müde bist hm keine Ahnung vielleicht weil ich nicht mal wirklich zwei Stunden gepennt hab und nicht mehr pennen konnte dann komisch komisch komische gefällt mir nicht gibt's Lampen oder irgendwie sowas Lamp ja halt normale Lampen ist klar ha 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 und die von andere Lampen haben wir doch noch drauf und die von Formium ne ja doch diese Dekolampen ja ich meine ja auch die Dekolampen die von Glaubst du in alle Farben haben wir ja da damit könnte ich eigentlich arbeiten findest du Glaubst du ok 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 eh ja fraglich, chloosen chlo klㅎ einと思った sag pandemic kloestein doch nicht march username kloestein kloestein klogeons kloceğin klostein absolut ja nischt was hast du für ne Macke ey ne Macke ne Macke ne Macke ne Macke hallo 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 was willst du denn jetzt von mir keine Zeit oh mein Gott wenn ich jetzt so ein Gebäudebauer ne da haust du mir da tötest du mich nein 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 ja nischt jetzt kommt keine Scheiße dahin kann ich dir das sonst nehme ich einmal die Lember X wenn das aus Holz ist nein 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 das ist nicht aus Holz ich schwör dir das ist das ist alles andere aus Holz aber ich kann ja nicht aufpassen warte ich schick dir Bild okay aber ich kann das doch nein was will ich nicht down 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 also deine Mitte sieht scheiße aus ne ganz ehrlich aber ich will es nicht sehen ob ich doch gerade sein doch guck dir es an nö auch gar nicht mach ich hab Bock tu it nö do your job ich bin gerade beschäftigt außer wenn es gerade dunkel ich weiß do your job nö du musst dir das Wunder weg denn er warum ist wieder ein Creeper an meinem scheiß Planter wieso weiß ich nicht weiß ich nicht ich komm her ich kann es dir nicht sagen warum warum weg da mein Planter Kür wir können wir können Gewinner wir können da dass sie auch haben Everywhere die Keine hussch aber nicht brauchst du eine Enderbell und Garstius, ne? Single Use Dafür brauchst du keine Enderbell und Garstius Ah, hättest du aber hier machen können Ja, hätte Fahrt, hätte, ne? Ja, hätte Ich kill lieber die Kühe Dann kann ich meine Warpier leveln Ah, dafür schlachte ich grad Zombies Ja, wenn die Mordkichten auftauchen würden, ne? Ey, Modifier! Plus ein Modifier Alter Fire auf den Creeper, ne? Ist ja mal ekelhaft Hat er Feuer bekommen? Ja, das ist das ekelhaftste, was du kriegen kannst Besonders bei Enderman Egal, Burn Motherfucker, ey Wolltest du einen neuen Warpier machen? Ne, am Arsch S-Switch Burn Motherfucker Hey,balls, hab ich doch grad'n Zombies gehört So prendre kann das mal sterben komische doch denken kein fischer nur die kühe sind hier die sterben gerade ich werde noch genug unterwegs sind nicht ich lasse das halt jetzt dunkel kann ich und da ist der körper einfach solo gestorben und dann kann ich halt das hallo und er ist explodiert der wort zu weit oben das ist ein lavabecken ich rande gerade nur ein bisschen durch die gegend ich habe gerade keinen bock weiter zu fahren naja es ist auch halt dunkel ne oh noch mehr moos tschüss 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 hey lass mich tschüss 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 ach da kommt zum hallo ooooh 2 enderman die werden natürlich jetzt abgehen tschüss katz die freunde da müssen aufräumen na wo bleiben die nächsten zombies gleich die t bank von spinden ey ja und ich küsse mit einem Schlag tot halt Zombie halt Zombie ach da ist ein kleiner Mini-Zombie tschüss sind zwei jetzt und tot und sterbt die Kühe wow wow er ist draußen hm warum ist denn da? findest du es auf? er ist warm heul doch aber so kriegen wir mehr Fleisch aber sowieso hm? auch mehr sowieso hm krieg mal in die ersten Zasche bei mir rein ja 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 komisch normalerweise spawnen so viele und jetzt hm keine Ahnung denken sie ich auch leck mich am Arsch ich hab ja schon wieder Level 23 na gut ich glaub das wo er hier alles für Bäume ist hier ist die riesenebene mit Bäumen in we can we can we can we can Untertitelung des ZDF, 2020